Auf Deutsch singen oder auf Englisch singen? Deutsch. Liebeslied oder Partysong? Partysong. The Voice oder Stamania? The Voice. Auf der Bühne oder im Tonstudio? Auf der Bühne. TikTok oder Instagram? Instagram. Freundschaft Plus oder Festebeziehung? Festebeziehung. Konzerte oder Festivals? Festivals, da gibt es mehr. Ja, mehrere. Tinder oder Kennenlernen im Real Life? Kennenlernen im Real Life. Andreas Gabalier oder Helene Fischer? War cool. Gabalier. Oberkörper trainieren oder Beine trainieren? Oberkörper. Dialekt oder Hochdeutsch? Dialekt. Super, danke.